Hallo und seid gegrüßt und ja wir spielen hier mal wieder Star Wars Battlefront in den Multiplayer Bereich. Es ist jetzt genau über sechs jahre her wo wir das letzte mal gespielt haben und dort kam dann auch das letzte video also genau vor sechs jahre. Ja mal schauen was wir hier so reisen können und mal gucken ob wir das überhaupt noch können. Und ja schauen wir mal. Dann würde ich sagen legen wir los. Let's go und zwar Kampf, Läufer, Angriff, Friedhof der Giganten. So, da bin ich ja mal gespannt. Natürlich hier erstmal wieder kräftig rindfummeln, aber ich denke mal das ist überhaupt ja kein Problem. Ich staune, dass wir überhaupt hier einen Server gefunden haben, weil es gibt nur 100 bis 200 Spieler weltweit, die dieses Spiel überhaupt noch spielen. Deswegen können wir auch dieses Video hier machen und ja lachen und Spaß haben. Ob wir jetzt nur ein erster wären oder letzter wären spürt hier gar keine Rolle. Hier zählt immer das Gameplay und gute Unterhaltung. So erstmal hier wieder klarkommen. Friedhof der Giganten. Ah, der war von uns. Verzeihung. Verzeihung. Was natürlich richtig geil wäre, um das Spiel hier ein bisschen zu unterhalten, wäre natürlich sehr geil, wenn er Games ein Star Wars Battle von 3 machen würde. Ich glaube, das würde so geil wären mit der Technik und von der Hardware von heute. Ich glaube, das wäre zu heftig. So, was müssen wir denn hier machen? Wir müssen verteidigen. Ne? Hm. Ich habe es irgendwie nicht verlernt. Genau. Das müssen wir verteidigen. Das heißt, die dürfen das nicht aktivieren. Das ist das zu tun. Wir müssen es mehr zu tun. Ha, Bruder hat der ein Schweinei. So, aktivieren. Die Uplinkstation wurde aktiviert. Und was ist das hier? Oh, ne. Nicht so ein Flugträger. Bitte nicht. Das ist grauenvoll. So, das läuft. Sehr schön. Muss man sich mal vorstellen. 200 Spieler weltweit. Also können wir doch ein bisschen von Glück reden, dass wir hier spielen können. Okay. Wollte eigentlich schon die Sniper rauspacken. Auspacken. 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 Ah, der ist von uns. Der ist mein Partner. Oh, das wollte ich gerade einsammeln. Shit. Ich weiß gar nicht, ob ich hier die Komplett Edition habe oder die Standard Edition. das weiß ich nicht mal. Aber ich glaube, ich habe die Komplett Edition. Ja. Aber so nach sechs Jahre läuft das doch gar nicht mal so schlecht. habe ich mir ein bisschen schlimmer vorgestellt. Am besten dort immer mit dem Flugzeug rinknallen. bringt nämlich am meisten Schaden. Bringt nämlich am meisten Schaden. der Kopfgeldjäger Dengar ist hier, um dem Imperium bei dieser Mission zu helfen. Oh, komm, schneller. Okay. Okay. Das war's. Ach, verdammt. Eigentlich recht voll der Server hier. Oh, ein Prozent noch. Ein Prozent. Ein Blue Life noch, ey. Komm, 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 komm. So, hier kluckt doch bestimmt einer rum. Okay, der war mal. Online, offline, online, offline. Schade. Oh, komm, ich will dich einsammeln. Ja, raus schießen konnte ich nicht. Okay. Schade. Ah, verdammt, was hat er noch gehabt? Sieben Prozent. Schade Marmelade. Ah, die klucken alle hier oben. Oh, nur noch so ein Gewehr immer hier. Was los hier? Äh, ein bisschen rot. Gut. Gut, dann haben wir das Ohr geklärt. Oh, wie er den weggeholt hat. Ey, wo sind denn die alle hier? Endlich mal so ein Thermal. Sehr schön. Wollte ich schon sagen, irgendwie ist hier keiner. Ja, weil sie alle hinten klucken. Aber kaum bist du weiter ein Stück draußen. Holen sie dich weg. Na komm schon. Na, der wurde eine ganz enge Kiste. Scheiße. Oh, ich muss hier weg. Scheiße. Wollte gerade noch rufziehen, ey. Mann. Ah, shit, ey. Okay, das macht er alles. Ach so. Ach so, noch diese beschissene Blaster, wer hier? Schon nicht ja mal. Das schmeckt. Alles klar. Ja. Na, die wollen alle hierher. Scheiße. Schade. Keine getroffen mit der Thermalbombe. Ah, Truppenschild, ja. Kann man mal nehmen. Was ein Schwein gehabt, ey. Ja, super. Der braucht sich erst gar nicht erst umdrehen. Ziehleine. Wie viel Kürz haben wir denn hier schon? Zwölf? Für das erste Mal. Ist doch okay. 14 sogar. Aber die Kills sind mir eigentlich ziemlich schwule. Wollte gerade abdrücken, ey. Wieso hat er denn jetzt nicht aktiviert? War doch eigentlich dran. So, jetzt müssten die Kampfläufer offline werden. Und dann vollringenknallen. Schade. Keinen weggeholt. Rutsch mal. Mann, das kann noch nicht wahr sein. Mann, und er steht da auch nur blöd rum und macht nichts. Diese scheiß Artis, ey. Das wird eine ganz enge Kiste. Zeig euch zu, wie das ist. Das wird eine ganz enge Kiste. Und normal, was hier wieder abgeht, ey. Ein Versuchwort, Björd. Na, ich bin auch viel zu weit weg. Mann, verpiss dich. Boah, war das knapp. Sehr schön. Nice. Ja, 14 Kürze, 15 Verluste. Lässt sich sehen. So, nach 6 Jahren. Pause. Das ist ziemlich okay. So, was haben wir denn hier? Rang 59. Fast 60. Spielbonus, Auszeichnung, Einsatzziele, Kampfbonuspunkte. 1200 Credits. 90% EMP 89. Flucht 80. Na, ist doch okay. Ist doch, ähm, Na, stabile Runde. So. Mal gucken, was als nächste kommt. Vielleicht kommt doch gar nichts. Na, findet er hier was? Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist der Server dort abgeschmiert oder whatever. Ja, dann bedanke ich mich mal für Zuschauen. Und wir sehen uns auf jeden Fall uns in der nächsten Runde wieder. Also, haut rein. Und bis dann.